Flux FM Lauschrausch Die Sendung, die sendet aus verschiedenen WGs in Berlin und heute sind wir im verdammt tollen Friedrichshain, deshalb sage ich Hallo hier in Friedrichshain, schön, dass ihr da seid. Hallo natürlich an die PC-Bildschirme der Nation da draußen, denn uns gibt es auch zum Sehen auf FluxFM.de und natürlich auch Hallo im Radio bei FluxFM, hier ist einiges los. Heute haben wir ein knackevolles Programm. Wir kommen, wir gehen, wir machen ein Fortunes. Mein Lieber, du wärst jung, du bist mein Kaiser, Clown und Uschelbubi obendrauf. Lass mich dein Untertaner sein in der Manege des wilden Wahnsinns. Ich weiss, du bist bereits Vater, aber das ist mir egal. Für mich bedeutet es das nur, dass du weisst, wie man es macht. Also, diktiere mir dein schwarzes Universum, du wunderschöne Fertenfuhler. Mit dir würde ich gern zum Titicacasee reisen, um die Welt an uns vorbeiziehen zu sehen. Was ist? Wollen wir los? Ich habe schon zwei Knöpfe an meiner Bluse gehören. Die Welt hat uns ihre Tür, die Liebe geöffnet. Wir müssen sie nur noch gemeinsam durchschreiten. Um es mit den Worten von Messia ganz gut zu sagen, Je t'aime. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Oh. Danke, Herr Wunderschöne. Die Bioskund steht auf und umarmt ihn. Und es gibt einen Kuss. Also schon gäbe es hier natürlich viel in unserer WG, aber was mir besonders am Herzen liegt, wäre, meine Nachttischlampe anzubringen. Halb so schlimm, wir kriegen das schon hin. Der Papa wird's schon richten, der Papa macht's schon gut. Der Papa, der macht alles, was uns keiner gerne tut. Ich habe eine halbe Flasche Schnaps getrunken, du nur ein Viertel. Ich hole nach. Da ist was. Kannst du die Nachbarn schon sehen? Ich glaube, das reicht. Da ist niemand. So, Frauke, zwei Löcher hast du jetzt schon? Frauke ist wirklich etwas. Frauke, live bei Flux FM Lauschrasch, die Jan Poschenschau. Jan, also ich habe Tobias Jun von Bonaparte und TASC am Start. Wen hast du als Gast? Ich bin sehr gespannt. Ich habe jemanden aus meiner Geburtsstadt mitgebracht, der interessantesten Stadt der Welt, aus Osnabrück. Der Stadt, aus der ich mit zwei Wochen geflohen bin. Und ich habe jemanden mitgebracht, der nach eigener Aussage Hymnen schreibt und keine Lieder. Der sagt, das Leben ist nicht immer Pommes und Disco. Du musst dabei was in die Kamera halten, das ist immer besser. Ist es nur in die Kamera? Ja, was in die Kamera halten, nicht das Mikrofon, sondern irgendwo... Das hier, das mache ich ja gleich, wenn der Gast reinkommt. Ich wollte ja nicht reinreden. Nee, aber danke, danke. Ja, gerne. Danke, das ist meine Show, das war mein bisschen Show. Okay, Entschuldigung. Osnabrück, sagtest du, zwei Wochen, das war ein Knaller. Weiter. Ja, er kommt, er hier. Christian, Christian fucking Scheifen habe ich mit gebrannt. Christian, Christian. Christian. Ich hab die ganze Nacht von mir geträumt, ein Traum so wunderbar und rein. Und das in meinem Alter, Freunde. Applaus. Und als ich sagte, dann erwachte und im Spiegel mich betrachtete, da dachte ich, das kann nur Liebe sein. Ich hab die ganze Nacht von mir geträumt, da dachte ich, das kann nur Liebe sein, 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 das kann nur Liebe sein. Und das kann nur Liebe sein, 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 das kann nur Liebe